Zeit haben. Ich hoffe, Leute, dass bei euch alles wieder auch besser wird. Das Leben ist wie eine Zickzacklinie. Sie geht mal auf und mal wieder ab. Aber auf jeden Fall geht sie immer auch wieder auf. Und das müsst ihr euch immer wieder im Hinterkopf behalten. Ich danke dir für das Feier.